Nächster Redner ist der Kollege Richter für die Fraktion der AfD. Die AfD hat die Redezeit aufgeteilt. Sie haben über zweimal Folge Richter abgegeben. Herr Richter, wer ist denn der zweite Redner von Ihnen? Erich Heidkamp. Alles klar, sehr gut, für das Protokoll. Dankeschön. Sie haben das Wort. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrter Herr Ministerpräsident. Die heutige Regierungserklärung steht unter dem Motto Vorsicht, Vertrauen, Verantwortung. Dieser Dreiklang ist reaktiv und mit dem Perspektivplan schlicht nicht ausreichend, könnte aber ein erster Schritt sein. Zu den gewonnenen Erkenntnissen, die entscheidend für zukünftige Erfolge sind, wird seitens der WHO Folgendes ausgesagt. So hat die COVID-19-Pandemie nach Meinung der WHO erstens Defizite bei den Investitionen vieler Länder in Vorsorge und Gegenmaßnahmen verdeutlicht. Dies unterstreicht, dass wir überdenken und neu planen müssen, wie wir Gesundheitssysteme widerstandsfähiger gegen Notlagen machen müssen. Zweitens ist nach Meinung der WHO die strategische Planung auf Grundlage einer Bewertung der Stärken und Schwächen sowie der Gefahren, für die ein Land anfällig ist, entscheidend für eine wirksame Reaktion. Drittens hat nach Aussage der WHO COVID-19 deutlich gezeigt, dass eine kohärente, gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Reaktion für ein wirksames Notfallmanagement unerlässlich ist. Dadurch wird gewährleistet, dass die politischen Entscheidungsprozesse koordiniert, ablaufen und konsistent und inklusiv sind und sie die sich verändernden Bedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen widerspiegeln. Die WHO hat hier im Kern am 9.03.2021 genau das veröffentlicht, was wir als AfD im Hessischen Landtag seit Anfang 2020 einfordern und bestätigt damit die Arbeit der Fraktion der Alternative für Deutschland im Hessischen Landtag. Durch diese Zeilen der WHO wird auch deutlich, dass der Titel ihrer Regierungserklärung gar nicht so viel anders benannt werden muss, denn sie nennt zwei bedeutende Punkte, die sie den Bürgern unseres Landes schuldig geblieben sind. Die Verantwortung für die Entwicklung der Pandemie in unserem Land zu übernehmen und sich damit dann das Vertrauen der Menschen erst zu verdienen. Möchten Sie tatsächlich Verantwortung übernehmen, meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, dann müssen Sie sich zunächst eingestehen, dass Sie sowohl SARS-CoV-2 zu spät erkannt als auch den hessischen Pandemieplan nicht umgesetzt haben, sodass gerade vulnerable Gruppen im Falle einer Pandemie ungeschützt geblieben sind. Sie haben Ihre selbst gesteckten Ziele auch bei den Impfungen ebenso wenig erreicht, wie Sie die Bevölkerung vor einem erheblichen wirtschaftlichen Schaden geschützt haben, was aus Ihrer Regierungserklärung hier leider nicht hervorgegangen ist. Die Probleme, die in unserem Land entstehen, werden von Ihnen also nicht einmal annähernd so dargestellt, wie sie in Wahrheit sind. Was die AfD-Fraktion früh angesprochen hat, gerade auch hier im Hessischen Landtag, ist heute bereits viel diskutiert in den Medien unseres Landes. Seit unserem Berichtsantrag 2020-2173 aus dem Jahr 2020 haben wir immer wieder wichtige Punkte angesprochen, die nicht nur aus einem einzigen, sondern aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten sind und die Sie, Herr Ministerpräsident, hier auch zum Teil benannt haben. Beginnen wir mit den Impfungen. Die Aussage der AfD war, dass es sich um den größten Feldversuch aller Zeiten handelt, da bisher weder die Wirkweise noch die Nebenwirkungen ausreichend erforscht werden konnten. Hierfür würde man einen längeren Zeitraum zur Untersuchung der Impfstoffe benötigen. Ein Feldversuch kann gute und schlechte Ergebnisse nach sich ziehen. Eine solche Aussage stellt klar, dass man es im Vorfeld schlicht nicht weiß und wie wichtig und richtig hier unsere Vorsicht gewesen ist. Heute sind wir einige Schritte weiter und wissen vom Impfstoff AstraZeneca, mit welchen Problemen die Menschen nach der Impfung zu kämpfen haben. Wir wissen um die Einstellung der Impfung in vielen Ländern, dass die europäische Arzneimittelagentur immer eine Untersuchung angeordnet hat und haben nun die Impfung mit AstraZeneca selbst ausgesetzt. Herr Spahn sagte noch in der letzten Woche dazu, mit dem, was wir wissen, ist der Nutzen weitaus höher als das Risiko. Übrigens wollte man in Hessen den Menschen keine Wahlmöglichkeit für die Impfstoffe einräumen. Und der SPD sei gesagt, dass man nur verimpfen kann, was vorhanden ist. Die Verantwortung für fehlende Impfstoffe liegt auch bei der SPD im Bund. Ob man bei solchen Aussagen und einem solchen Vorgehen noch von Vertrauen sprechen kann, wir als AfD wagen es zu bezweifeln. Und es gibt ein weiteres wichtiges Thema, nämlich die Freiwilligkeit der Impfung. Die Sicherstellung, dass diese Freiwilligkeit uneingeschränkt aufrechterhalten bleibt, ist ein zentrales Anliegen der Alternative für Deutschland. Und da kommt der nächste entscheidende Punkt zum Thema Vertrauen, nämlich eben die Freiwilligkeit. Immer mehr wird in unserem Land davon gesprochen, dass Menschen, die geimpft wurden, nicht mehr in ihren bürgerlichen Freiheitsrechten eingeschränkt werden sollen. Dies ist völlig entgegen allem, was von den etablierten Parteien zuvor ausgesagt wurde. So wurde den Bürgern versichert, dass der Impfstatus nicht zu mehr oder weniger Bürgerrechten führen würde. An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich betonen, In einer freien Gesellschaft kann ein direkter oder indirekter Zwang zu einer Impfung in keiner Weise zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung passen. Die Menschen haben ein Recht darauf, sich selbst über die Chancen und Risiken zu informieren und dann auf Basis dieses Wissens eine freie und von keinem beeinflusste Entscheidung zu treffen. Wir als Alternative für Deutschland lehnen somit jeglichen direkten oder indirekten Zwang zu Impfungen ab und stellen hier klar die Forderung, an die hessische Landesregierung ebenso zu verfahren. Die Hoffnung, die in die Impfstoffe auch heute gesetzt wird und die daraus entstandene Diskussion, Herr Ministerpräsident, lässt eine Debatte über Versäumnisse der hessischen Landesregierung aktuell sehr vermissen. Auch zu den Testungen haben Sie, Herr Ministerpräsident, völlig zu Recht ausgesagt, dass hier vieles logistisch nicht geleistet werden kann. Wir finden in der Änderung der Corona-Quarantäne-Verordnung unter § 3a Absatz 2 definiert, dass Personen, die einen Antigentest zur Eigenanwendung durch Laien nutzen und positiv getestet sind, sofort einen PCR-Test nutzen müssen. Es ist eine Absonderung angeordnet, die nur für den PCR-Test unterbrochen werden soll. Dies wird uns ebenfalls, meine Damen und Herren, vor erhebliche organisatorische Herausforderungen stellen. Denn wie wollen Sie diese Verordnung bei freiwilligen Testungen überwachen und sicherstellen? Damit sich etwas in die richtige Richtung bewegt und wir für die Zukunft vorbereitet sind, bringen wir als Alternative für Deutschland einen Antrag ein, in dem wir die regelmäßige Aktualisierung und Sicherstellung der tatsächlichen Erfüllung des Pandemieplans Hessen beschlossen haben möchten. Wir sind damit auf einer Linie mit den Aussagen der WHO, die ich zu Beginn meiner Rede zitiert habe. Es ist selbstverständlich, dass der aus dem Jahr 2007 stammte und in großen Teilen von Ihnen auch nicht umgesetzte Pandemieplan bis zum Ende des Jahres 2021 mit den bis heute gesammelten Erkenntnissen und Erfahrungen aktualisiert werden muss. Es ist unabdingbar, in Zukunft nicht nur besser vorbereitet zu sein, sondern der hessischen Bevölkerung auch die Zuversicht zu geben, dass sich das, was wir nun seit über zwölf Monaten erleben, schlicht nicht mehr wiederholt. Was darf sich nicht wiederholen, dass man in der Zukunft erneut so unvorbereitet in eine schwere Krise hineingerät, von der wir seit dem SARS-Ausbruch in dem Jahr 2002 und 2003 wissen, dass sie uns jederzeit erreichen können. Somit müssen Politik und Bürger genau wissen, was sie umzusetzen haben, damit ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben überhaupt weiter ermöglicht wird. Allein die Ankündigung, dass man so etwas vorhat oder auch sanfte Versuche im Hintergrund sind definitiv nicht ausreichend, Herr Ministerpräsident. Allein eine gute Vorbereitung schafft Vertrauen und dann auch Zuversicht bei den Bürgern. Was wir heute wiederum sehen, ist bei weiten Teilen der Bevölkerung das ganze Gegenteil davon. Die Menschen sind nicht nur pandemiemüde, die Menschen haben in unserem Land auch das Gefühl der völligen Hilf- und Machtlosigkeit. Das ist der eigentliche Schmerz in unserer Bevölkerung, Herr Bouffier. Die Menschen fühlen sich dem Staat zu einem großen Teil völlig ausgeliefert. Sie sind widersprüchlichen und teilweise sinnlosen Verordnungen ausgesetzt. Ihnen werden die Bürgerrechte entzogen, ihre Freiheit genommen und sind, nachdem man auch das Infektionsschutzgesetz durchgewunken hat, nicht mal mehr in ihren eigenen vier Wänden vor dem Zugriff des Staates sicher. Die Menschen erkennen einen Staat, der gegen den Mittelstand agiert, der die Menschen auch unterschiedlich behandelt und bewertet und sie in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt, sodass viele soziale Kontakte nicht einfach nur nicht mehr möglich sind, sondern auch auf Dauer komplett verhindert werden. Dies wurde vorhin genauso richtig auch ausgesagt und an Beispielen belegt. Wo werden Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, wird vielleicht der eine oder andere fragen. Darauf gebe ich Ihnen sehr gerne eine Antwort, und zwar am Beispiel einer Gruppe von Menschen, die aufgrund von Krankheit und oder Behinderung durch die Schließung bestimmter Einrichtungen schlicht in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind. Denn für viele Menschen sind medizinisch notwendige Anwendungen nicht mehr oder nur sehr bedingt möglich. Blicken wir direkt hier vor die Haustür des Hessischen Landtags, meine Damen und Herren. Da steht, aus Gründen des Infektionsschutzes bleiben die Hallenbäder und Thermen in Wiesbaden ab Montag, 2. November bis auf weiteres geschlossen. Die Maßnahmen stehen im Einklang mit den Beschlüssen von Bund und Ländern, die Ausbreitung der Infektion einzudämmen. Hat irgendjemand in der hessischen Landesregierung auch nur den Hauch einer Ahnung, was dies für die Menschen bedeutet hat, die aus medizinischen Gründen seit Monaten dort keinen Zugang mehr haben? In vielen Kampagnen wird zudem noch dazu aufgerufen, freiwillig aus Gründen der Solidarität zu Hause zu bleiben. An dieser Stelle möchten wir aber betonen, Menschen, die auf medizinische Anwendungen angewiesen sind, die sie aktuell nur bedingt oder überhaupt nicht bekommen, haben keine Wahl, sondern müssen in der aktuellen Situation leider zu Hause bleiben. Denn deren Schmerzen können nur noch mit Medikamenten behandelt werden, damit wird deren Lebensqualität weiter beeinflusst und wohl auch deren Lebenserwartung verkürzt. Wie wollen Sie von kranken und auch älteren Menschen da bitte schön Vertrauen erwarten? Menschen, die in unserem Land zum Teil die schlimmsten Zeiten erlebt haben, unter vielen Entbehrungen leiden mussten, die alles wieder aufgebaut haben, mit ihrer Leistung überhaupt erst ermöglichten, wovon wir alle heute zehren. Wie vermitteln Sie es diesen Menschen, dass sie sowohl in den Altenheimen als auch in der ambulanten Pflege kaum Möglichkeiten geboten bekommen, sich gesund zu erhalten? Beantworten Sie uns doch diese Frage, denn ich kann diese Frage nicht beantworten und schäme mich auf Ihrer Politik, wenn mich ältere Menschen anrufen und von ihren Schmerzen, Sorgen und Nöten berichten. Die hessische Landesregierung ist gut beraten, sich mit kranken und älteren Menschen darüber auszutauschen und zwingend Lösungen zu erarbeiten, die dann wirklich auch hilfreich sind, Vertrauen schaffen und nicht am Ende, im Herbst dieses Jahres, erneut das gleiche Problem wieder aufkommen lassen. Meine Damen und Herren, Ihre Politik betrifft aber nicht allein die älteren und kranken Menschen unserer Gesellschaft. Ihre Politik betrifft in hohem Maße auch Kinder und Jugendliche. Angst, Verzweiflung, Stress und Suizidgedanken sind Folge dieses Lockdowns bei vielen Kindern und Jugendlichen. Wir hatten bereits in der letzten Plenarsitzung im Februar von Ihnen gefordert, unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen das öffentliche Leben wieder stattfinden zu lassen, damit genau so etwas nicht weiter stattfindet. Wie werden Sie dieser Verantwortung gerecht, meine Damen und Herren von der Landesregierung? Was macht Ihre Politik aus unseren Kindern und Familien? Und wie kommen Sie dazu, diese Politik noch verantwortungsvoll zu nennen, wenn viele Familien in unserem Land nicht mehr ein- und nicht mehr auswissen? Wenn in einer aktuellen Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf bereits von jedem dritten Kind im Alter zwischen 7 und 17 Jahren berichtet wird, welche psychische Auffälligkeiten zeigen. Nach einer weiteren Studie von Jugendforschern der Universitäten Hildesheim und Frankfurt am Main sind im zweiten Lockdown knapp 46 Prozent von 7.000 Befragten, 15- bis 30-Jährigen zustimmend zu der Aussage, Angst vor der Zukunft zu haben. Wir hören heute bereits davon, dass die Bundesregierung und viele Experten mit wachsender Sorge auf die Pandemie blicken und man rechnet bereits mit einer dritten Welle. Im Tagesspiegel wird bereits nachgefragt, ob sie als neuer Sturm übers Land fegt oder flachgehalten werden kann. Meine Damen und Herren, unsere Gesundheit, unsere Gesellschaft verkriecht sich nicht zu Hause aus Angst vor dem Tod, sondern scheinbar eher aus Angst vor dem Leben. Depressionen, Essstörungen und Angst um andere. Zum Beispiel um die Eltern sind nur einige Begleiterscheinungen der Pandemie. So wird es beschrieben, aber hier wird von der Verantwortung der Politik abgelenkt. Es ist nicht eine Begleiterscheinung der Pandemie, sondern eine Begleiterscheinung völligen Versagens der Politik in unserem Land. Viele Menschen glauben nicht mehr daran, dass Politiker sich überhaupt noch für ihre Sorgen interessieren. Daraus resultieren Bewegungen und Demonstrationen, deren Teilnehmer der Lächerlichkeit preisgegeben und mit ihren Ängsten und Sorgen tatsächlich schlicht alleingelassen werden. Von Vertrauen kann hier wohl nur noch eine hessische Landesregierung sprechen, die die Botenhaftung verloren hat und schlicht versucht, schönzureden, was sich für unser Land leider als katastrophal herausgestellt hat. Angst um die Zukunft haben somit sehr viele Menschen in unserem Land. Sie erkennen den Umbau unserer Gesellschaft innerhalb dieser Pandemie. Sie erkennen in den etablierten Parteien Akteure, die die Menschen immer mehr vom Staat abhängig machen möchten. Eine Politik, die die Menschen sich immer weiter davon entfernen lässt, freie und selbstbewusste Bürger unseres Landes zu sein. Wir als Alternative für Deutschland werden das nicht zulassen. Und genau deswegen werden wir auf allen Ebenen bekämpft. Und auch hier werden seitens der Regierung in unserem Land oppositionelle Kräfte nicht geschützt. Sie werden vielmehr öffentlich bloßgestellt, erniedrigt, angegriffen und gesellschaftlich ausgegrätzt, damit an ihnen ein Exempel statuiert wird und andere sich nicht wehren, obwohl die Menschen sich viel massiver wehren müssten. Es entsteht in Deutschland und auch in Hessen ein massiver Zusammenbruch unseres Mittelstandes auf breiter Basis in den kommenden Monaten. Kaum beachtet von der Bevölkerung, nicht angesprochen von den etablierten Parteien, aber eine reale Gefahr, vor der man die Augen nicht verschließen kann. Versuche wie Click and Meet hören sich da natürlich schön an. Die Regierungen in unserem Land haben es ja sowieso wirklich mit schönen Worten, um eigenes Versagen zu vertuschen. Aber wie sich das hier für den Handel lohnen soll, weiß niemand außer den Politikern der etablierten Parteien. Politiker, die zu jedem Monatsende ihr Geld überwiesen bekommen und sich um alles Gedanken machen müssen, aber nicht um Einkauf, Verkauf, Margen und Kunden. Der Hessische Handelsverband zieht zwar eine positive erste Bilanz, ist aber dann in der Bewertung exakt auf unserer Linie, nämlich mit der Forderung, den Lockdown und der Einhaltung der Hygieneregeln augenblicklich zu beenden. Selbstverständlich werden wir das in der aktuellen Stunde am Donnerstag näher betrachten und sie genau an diesem Punkt auch in die Verantwortung nehmen. Dass die CDU mit der Politik der Grünen als Regierungspartner in der Pandemie ihre ideologische Politik noch verstärken, wird unser Land nicht einfach nur lähmen, sondern schlicht um Jahrzehnte und mehr in Wissenschaft, Forschung, Industrie und Handel zurückwerfen. Dass bereits über einen Klima-Lockdown gesprochen wird, kann uns allen nur sehr große Angst einjagen. Wir als Alternative für Deutschland werden uns dem vehement widersetzen. Zumindest ein Teil unserer Gesellschaft wehrt sich aber Gott sei Dank bereits jetzt, und das ist wahrhaftig auch aller Ehren wert. Zahlreiche Klagen gegen diese Lockdown-Politik werden erwartet, und wir dürfen gespannt sein, was geschieht, wenn die Betroffenen mit ihren Klagen durchkommen. Es ist den Klägern zu wünschen. Denn allein die Situation, die wir als Abgeordnete selbst direkt selbst in den Hotels erleben, muss uns doch klar machen, dass die Unternehmer hier selbst mit Hilfen schlicht nicht mehr über die Runden kommen. Damit aber nicht genug hat die hessische Landesregierung doch tatsächlich den Mut, von Vertrauen zu sprechen, wenn gleichzeitig die CDU von einer Maskenaffäre erschüttert wird. Uns als Opposition dürfen da nicht die Worte fehlen, aber der Bürger in unserem Land, der um seinen Arbeitsplatz bangt, der Kurzarbeit machen muss, dem die Kunden wegbrechen und der völlig ohne eigene Schuld vielleicht sogar Insolvenz anmelden muss, liest von Herrn Georg Nüßlein und Nikolaus Löbel und dem Bürgerfeld dazu wahrscheinlich wohl gar nichts mehr ein. In einem Artikel von T-Online mit der Überschrift, die Panikpartei, spricht man bereits vom Club der Unersättlichen. Auch hier wieder, genau wie bei der Lockdown-Politik der hessischen Landesregierung, man ist nicht nur fassungslos, man ist nicht nur wütend, man ist dem hilflos völlig ausgeliefert. Wir als AfD-Fraktion im hessischen Landtag, unterdessen werden die Menschen in unserem Land nicht allein lassen, wir werden ihnen weiter Gehör schenken, ihre Sorgen und Nöte ernst nehmen und deren Interessen vertreten. Für uns darf es keine Einschränkung der Bürgerrechte geben, wir möchten eine freiheitliche Politik, die sich dergestalt auf Infektionskrankheiten vorbereitet und absichert, sodass die Gesundheit der Menschen auch ohne Freiheitseinschränkungen gewährleistet ist. Meine Damen und Herren, ohne Gesundheit ist ohne Freiheit nichts wert und unsere Freiheit nichts ohne unsere Gesundheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Richter. Der zweite Redner für die AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Heidkamp. Noch 7 Minuten und 20 Sekunden. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Pentz, der Abgeordnete Heidkamp würde gerne anfangen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, sehr geehrter Herr Bouffier, ich fasse einmal zusammen. Die USA haben den deutschen Impfstoff BioNTech. Wir haben Frau Merkel, Frau von der Leyen, Herrn Spahn und AstraZeneca. Im Mai wird jeder US-Bürger, der das will, geimpft sein. Das sind über 350 Millionen Menschen. Bei richtigem Vorgehen dürfte es in Hessen ab Mai 2021 keine Fälle mehr geben von Menschen, die an Corona ungeimpft erkranken oder sogar sterben. Wir erkennen an, dass die Regierung im März 2020 vor großen Problemen, vor großen Herausforderungen gestanden hat. Das kann man nicht im Detail alles richtig machen. Wir wollten da nicht kleinlich sein. Sie haben aber mit dem GZSG ein Gesetz beschlossen, welches wir von Anfang an sehr kritisch gesehen haben. Wir haben den Missbrauch dieses Gesetzes befürchtet. Wir haben abgewartet, und Sie haben es gemacht. Mit dem siebten Maßnahmenpaket haben Sie endgültig die rote Linie überschritten. Mit dem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Bus, Wasserstoff-Tankstellen und der Infrastruktur für batteriebetriebene E-Autos hat die Regierung endlich alle roten Linien überschritten. Das hat mit Corona nichts mehr zu tun. Unsere Normenkontrollklage liegt seit einiger Zeit auf meinem Schreibtisch. Wir wurden ja aufgefordert, wann machen Sie es denn? Jetzt reichen wir sie ein mit heutigem Datum. Es geht uns auch darum, die Regierung davor zu bewahren, ein weiteres GZSG vorzulegen, welche nicht der hessischen Verfassung, nicht dem Grundgesetz und nicht den europäischen Verträgen entsprechen würde. So wie wir in Deutschland unterwegs sind, brauchen die Regierungen bald weitere Milliarden. Dem sollten wir vorbauen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Abg. Heidkamp. Als Nächster hat sich der Abg. René Rock von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben heute hier die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten gehört. Der Anspruch einer Regierungserklärung, zumindest den, den ich an der Regierungserklärung habe, ist, dass die Regierung uns vorstellt, was sie in den nächsten Wochen und Monaten in der schwersten Krise unseres Landes vorhat. Eine Regierungserklärung, die klare Ziele setzt. Eine Regierungserklärung, auf die man die Regierung festnageln kann. Wo man sagen kann, aha, hier hat man etwas vor, hier kann man etwas diskutieren, hier hat man Ideen, hier hat man Vorstellungen, hier hat man konkrete Maßnahmen, die vorgesehen sind, um diese Pandemie wieder in den Griff zu bekommen. Denn Herr Wagner hat ja gesagt, alle Instrumente liegen auf dem Tisch. Dann bitte, Hessische Landesregierung, nutzt diese Instrumente, sehr geehrte Damen und Herren. Was haben wir gekriegt? Was war die Regierungserklärung? Was war die Kernaussage, die sich durch diese Regierung, die Regierungserklärung gezogen hat? Die Kernaussage war, so habe ich es wahrgenommen, sehr geehrte Damen und Herren, im Großen und Ganzen haben wir keine Fehler gemacht. Das war Ihre Kernaussage, Herr Bouffier, und das ist deutlich zu wenig. Die zweite Frage hat ja Neugier bei mir geweckt. Dann haben Sie gesagt, diese Krise ist eine große Herausforderung, und es stellt sich die Frage, wie wir diese Krise bewältigen können. Das haben Sie gleich am Anfang gesagt. Dann dachte ich, na ja, das ist jetzt eine rhetorische Frage. Die stellt er jetzt nicht so einfach an das Parlament. Er regiert ja, er ist laut Infektionsschutzgesetz der Mann, der die meiste Macht in diesem Land hat. Mit einfacher Unterschrift auf eine Verordnung schränkt er die Bürgerrechte in diesem Land ein. Er ganz allein hat das zu verantworten. Jetzt wird er ja diese rhetorische Frage in dieser Regierungserklärung für uns endlich beantworten, sodass wir als Opposition diese Regierungserklärung vielleicht an der angemessenen Stelle kritisieren und verbessern können, sehr geehrte Damen und Herren. Fehlanzeige, das muss ich leider feststellen. Dann will ich aber doch noch einmal ein bisschen Wasser in den Wein dieser Landesregierung schütten. Lieber Herr Wagner, wenn Sie hier vorne stehen und sagen, na ja, keiner weiß es besser, alle müssen doch einsehen, dass keiner es besser macht als die Hessische Landesregierung, es gibt keine besseren Vorschläge. Im Übrigen ist das doch alles eine Selbstverständlichkeit, dass das hier gemacht wird. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich nach Europa schaue, finde ich bestimmt noch ein Land, da läuft es noch schlechter. Da läuft es noch schlechter, garantiert. Aber ich kann auch den Blick einmal heben. Ich kann den Blick einmal heben und ich kann einmal woanders in die Welt hineinschauen. Dann kann ich einmal nach den USA schauen, über die wir seit Monaten gelacht haben. Dann kann ich einmal nach Israel schauen. Ich kann auch nach Asien schauen. Dann sehe ich, dass Deutschland und Hessen eben nicht spitze sind, sondern dass man vieles besser machen kann, wie das, was wir hier in diesem Land machen. Dann haben Sie hier ein paar Punkte angesprochen, die möchte ich doch noch einmal kurz hinterfragen, damit man das, was ich eben auch gesagt habe, ein Stück weit als Zuschauer nachverfolgen kann. Sie haben sich hier gerühmt, dass jetzt weniger Infizierte in den hessischen Altersheim sind. Ich kann Ihnen sagen, da hat es mich geschüttelt in dem Moment, als Sie das gesagt haben. Sie haben es nach drei Monaten endlich geschafft, dass jeder Senior in einem Altersheim in Hessen einmal geimpft worden ist. Nach drei Monaten, das ist nicht eine hervorragende Leistung, da kann man nur sagen, endlich ist das passiert, sehr geehrte Damen und Herren. Außerdem ist das die Achillesferse Ihrer Landesregierung. Im Dezember letzten Jahres war der gefährlichste Ort in unserem Land ein hessisches Altersheim. 86 % der Toten, die wir in Hessen hatten in diesem Dezember, waren Tote in einem hessischen Altersheim. Es ist wirklich unglaublich, dass Sie dieser Situation kein Wort gewidmet haben, kein Hinweis, dass Sie das erkannt haben. Stattdessen versuchen Sie jetzt nach drei Monaten zu sagen, wir haben ja jetzt fast alle Menschen einmal geimpft und fast alle Menschen zweimal geimpft. Aber leider haben wir gar nicht festgestellt, dass die Menschen über 80 Jahre, die zu Hause sind und nicht mobil sind, immer noch nicht geimpft sind nach drei Monaten, obwohl wir seit drei Monaten impfen können. Nach drei Monaten stellen Sie sich hin und sagen mit großer Betroffenheit, wir müssen da aber jetzt endlich einmal vorankommen. Herr Wagner, wenn wir über Selbstverständlichkeit reden, dann wäre es Selbstverständlichkeit, dass die Landesregierung erklärt, wie wir vorankommen und warum wir noch längst nicht fertig sind. Wir sind ein Jahr in der Pandemie. Ein Jahr in dieser Pandemie. Wenn ich eine solche Regierungserklärung vor einem Jahr gehört hätte, wäre ich schon unruhig geworden. Aber nach einem Jahr Pandemie stellt uns der Ministerpräsident, nach einem Jahr stellt er uns hier vor, es gibt einen Pakt für Nachverfolgung. Nach einem Jahr haben wir jetzt die hessischen Gesundheitsämter dazu gebracht, eine Software... Nach einem Jahr haben wir es geschafft, für die staatliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge, eine Software flächendeckend zu implementieren, in Hessen, die die Gesundheitsämter besser machen, sondern nach einem Jahr, und da sagen Sie, das ist ein Verdienst, da schüttelt es mich, eine Selbstverständlichkeit wäre gewesen, nach drei Monaten. Sehr geehrte Damen und Herren, dann haben Sie hier gesagt, wir werden jetzt eine App für Nachverfolgung ins Auge fassen, nach einem Jahr eine App für Nachverfolgung. Aber Sie können hier noch nichts dazu sagen, weil Sie wollen erst einmal den 22. März abwarten, wo die Ministerpräsidenten, die Fachleute für die App-Entwicklung in unserem Land, darüber entscheiden werden, welche App wir denn einsetzen wollen, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist doch schon Realsatire, Herr Ministerpräsident, nach einem Jahr. Wirtschaftshilfe, Novemberhilfe, die bis heute noch nicht vollständig ausgezahlt wird, 150 Millionen € für Impfzentren ausgegeben für drei Monate, die haben 100, 300.000 oder 400.000 Menschen geimpft, das hat jede Impfung 500 € gekostet. Das verkaufen Sie uns hier als Erfolg. Impfzentren, die 100.000 von Menschen impfen können, haben 300.000 Menschen geimpft, haben 150 Millionen € gekostet. Und 75 Millionen € Hilfe haben Sie überhaupt ausgezählt an die Unternehmen. Wir haben 150 Millionen € für die Impfzentren ausgegeben und halb so viel für die Unternehmen hier ausgeschüttet. Das ist doch keine normale, gute Politik, sondern da muss man doch selbstkritisch sein, sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt haben Sie hier vorgetragen, Herr Wagner oder auch der Ministerpräsident, wir haben die Instrumente impfen, testen, testen, impfen, nachverfolgen. Das sind die Instrumente. Was hören wir jetzt hier in Ihrer Rede? Ja, wir werden jetzt Tests anschaffen. Sie haben nicht gesagt, bis wann die kommen. Sie haben auch nicht gesagt, wann denn jetzt diese Selbsttests eingesetzt werden an den Schulen. Sie haben nur irgendwas in Aussicht gestellt. Sie haben kein Datum gesagt. Und Sie haben gesagt, die PCR-Tests oder die Schnelltests können wir gar nicht machen. Warum können wir die nicht machen? Da brauchen wir 1.900 Leute, die die an unseren Schulen durchführen. Und das sind diese 1.900 Leute, die einmal in der Schule so einen Test waren. Das ist eine Herausforderung, die das Land Hessen für seine Schülerinnen und Schüler nun mal nicht stemmen kann. Das kann man doch von uns nicht verlangen. Und darum machen wir das auch nicht für unsere Schulen. Das geht doch nicht. Das sind ausgeschlossen. 1.900 Menschen, die morgens so einen Test machen, damit unsere Schülerinnen und Schüler nicht ihre Bildungskatastrophe erleben. Und damit die Lehrerinnen und Lehrer sicher sind in unserem Land. Da kann man doch nicht irgendwie ein privates Unternehmen beauftragen, wenn man es selbst nicht hinkriegt. Man kann solche Tests versuchen umzusetzen. Für ein Sondervermögen von zig Milliarden Euro, das wir hier für ihre wunderbare Schwarze Kasse angeschafft haben, sehr geehrte Damen und Herren. Das große Geheimnis Ihres Perspektivplans, das haben Sie auch nicht gelüftet. Also, Inzidenz ja, Inzidenz nein, Inzidenz 50, Inzidenz 35. Dann, was zählen jetzt die Krankenhäuser, die Belegung der Intensivbetten, wie ist das mit dem R-Wert? Sie haben hier alles aufgezählt, was es gibt, aber wie das im Zusammenhang steht und was das für die Menschen bedeutet, ob jetzt geöffnet wird oder nicht, wenn welcher Wert erreicht ist. Da haben Sie kein Wort gesagt. Das ist eine Blackbox. Eine völlige Blackbox. Sie haben ja dankenswerterweise ein bisschen Redezeit draufgelegt. Aber ich kann diese Versäumnisse dieser Landesregierung einfach nicht aufzählen. Da würde auch eine Stunde nicht reichen. Sie haben es nicht geschafft, in Ihrer Rede darauf einzugehen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, wenn Sie hier einen Slogan wählen, Vorsicht, Vertrauen, Verantwortung. Vorsicht, Vertrauen, Verantwortung, den kann ich nach dem, was ich hier nur ganz kurz ausgeführt habe, und das waren Schlaglichter, das waren Schlaglichter, die ich hier ausgeführt habe und bin auch überhaupt nicht in die Tiefe gegangen, was ich könnte, dann mache ich aus Vorsicht Versäumnisse. Ich mache aus Vertrauen Versagen und aus Verantwortung vernichten. Was vernichten Sie nämlich? Herr Ministerpräsident, Sie haben es am 24. Februar in Fulda in einer Wahlveranstaltung selbst gesagt. Wir vernichten Existenzen, und wir vernichten die Staatsfinanzen. Ihr politischer Kurs führt in ein finanzielles Desaster, und es vernichtet Tausende, Zehntausende von Existenzen in unserem Land, sehr geehrte Damen und Herren. So, wie Sie das gesagt haben, wissen Sie das auch noch. Sie wissen das auch noch, sonst hätten Sie es ja selbst nicht eingeräumt bei dieser Wahlkampfveranstaltung, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann haben Sie festgestellt, die Menschen haben die Schnauze voll. Ja, das ist nicht meine Sprache, das ist Ihre Sprache. Sie haben gesagt, die Menschen haben die Schnauze voll. Ich kann Ihnen sagen, die Rückmeldung, die ich von den Menschen bekomme, Sie können nur froh sein, dass diese Wahl jetzt war, und nicht vier oder acht Wochen später. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt eine sich anbahnte Vertrauenskrise der Bürgerinnen und Bürger in die politisch Handelnden in Berlin und Wiesbaden. Mehr in Berlin, räume ich ein, aber auch in Wiesbaden, sehr geehrte Damen und Herren. Die gibt es, und die gibt es aus meiner Sicht zu Recht. Und Ihre Rede, Herr Ministerpräsident, hätte dem entgegenwirken sollen. Auch Kollege Wagner, der rhetorisch bewandert ist, der muss doch hier vorne hingehen, Frau Klaus hat die Chance noch, und muss dieser Vertrauenskrise entgegenwirken. Man muss doch sagen, ja, ich habe verstanden, das lief Mist, das lief verdammt schlecht bis jetzt. Wir haben eigentlich alles verbockt, was wir verbocken können. Wir haben den ersten Impfstoff gehabt, der wird jetzt in Amerika verimpft. Wir haben den ersten Test gehabt, der wird jetzt in Österreich getestet. Wir haben von allem nichts, obwohl wir es erfunden haben. Seit der Staat seine Hand draufgelegt hat, funktioniert eigentlich nichts mehr, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben es verstanden, und jetzt machen wir es anders, sehr geehrte Damen und Herren. Und was muss man denn anders machen? Ich meine, wir haben es doch hier erlebt. Die Wissenschaft funktioniert, die Wirtschaft funktioniert, die privaten Initiativen funktioniert, die Solidarität in der Gesellschaft funktioniert. Wir haben den ersten Test entwickelt, wir haben den Impfstoff entwickelt. Der Einzelhandel, egal was sich einfallen lässt, reagiert innerhalb von Tagen, setzt es um, Fitnessstudios versuchen jetzt auf den Parkplätzen zu arbeiten, damit Menschen ihre Gesundheit erhalten können. Jeder hier in diesem Land wartet doch nur darauf, dass er eine Chance bekommt, kreativ zu sein, und reagiert innerhalb von Stunden, sehr geehrte Damen und Herren. Aber wehe, wenn die Politik die Hand auf die Initiative legt. Wehe, wenn das passiert. Das müssen Sie doch erkennen, und die Menschen haben es erkannt, und Sie haben die Nase voll. Ich sage jetzt nicht Ihr Wort, ich sage, Sie haben die Nase voll. Sie müssen jetzt endlich erkennen, dass Sie besser werden müssen, sehr geehrte Damen und Herren. Die Politik in Berlin und in Wiesbaden muss endlich besser werden, sonst nimmt diese Demokratie Schaden, sehr geehrte Damen und Herren. Und dass sie besser werden kann, will ich jetzt mal ganz kurz ein paar Vorschläge machen. Als erstes müssen wir aus diesem reaktiven Modus heraus, dieser reaktive Modus, der nur auf eine Zahl starrt und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen mal vor die Welle kommen. Wir müssen mal mutig versuchen, voranzugehen und mit unseren Initiativen als Selbstinitiativ werden und nicht immer nur dem Virus hinterherlaufen. Und was können wir denn machen? Also als erstes Mal eines der größten Versäumnisse ist der Umgang mit der Digitalisierung in diesem Land. Der Umgang der Digitalisierung, und am allerhärtesten zeigt sich das in der öffentlichen Verwaltung, aber vor allem in unseren Schulen, sehr geehrte Damen und Herren. Dieses Versäumnis der Digitalisierung muss endlich aufgeräumt werden. Und da gibt es auch keine Entschuldigung. Da muss jetzt endlich mal mit höchstem Hochdruck dran gearbeitet werden. Und dann bitte, jetzt machen Sie es doch einfach mal. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist die staatliche Aufgabe in der Krise. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist die stärkste Waffe des Staates in dieser Pandemiekrise. Dann machen Sie doch den öffentlichen Gesundheitsdienst endlich zur Chefsache. Übernehmen Sie die Verantwortung, greifen Sie durch und sorgen Sie dafür, dass da optimal gearbeitet werden kann mit den besten Ressourcen, die Deutschland zur Verfügung stellen kann. Und schieben Sie sich nicht den schwarzen Peter hin und her und versuchen immer, die Schuld nach unten wegzudrücken und daher zu sagen, der Landrat X hat ja womöglich nicht richtig gearbeitet. Nein, das ist eine staatliche Aufgabe, Gesundheitsschutz. Übernehmen Sie den, machen Sie ihn zur Chefsache. Und damit haben Sie eine klare Verantwortungszuteilung und können auch die Ressourcen zur Verfügung stellen, die notwendig sind. Und jetzt dieses Hin und her mit den Ärzten, Herr Wagner. Selbstverständlich ist es ein Hin und her mit den Ärzten. Vielleicht hören Sie nichts aus der Kassenärztlichen Vereinigung. Vielleicht hören Sie nichts von Ärzten. Vielleicht wenden Sie sich ja nicht mehr an die GRÜNEN. Das glaube ich aber nicht. Ich bin mir sicher, dass Sie auch etwas gehört haben, dass die Ärzte unzufrieden sind mit dem Umgang, dass die Ärzte längst impfen könnten. Und natürlich sollten die Ärzte entscheiden können, welcher ihrer Menschen, für die sie zuständig sind, den am dringendsten braucht. Dafür sind die nämlich ausgebildet, haben drei Straßexamen und haben ein Verantwortungsgefühl. Und die Menschen vertrauen diesen Menschen mehr als dieser Landesregierung und ihren Verordnungen, sehr geehrte Damen und Herren. Was soll denn dieser Pilotversuch, diese Einschränkung? Die Ärzte sind es gewohnt zu impfen. Die machen das, das ist ihr tägliches Brot. Die müssen nicht angelernt werden. Die müssen auch nicht informiert werden über die Risiken. Das ist ihr Geschäft. Und darum müssen die Ärzte auch das Rückgrat des Impfens sein. Und genau das fordern wir von Ihnen. Ich sage es noch einmal, ich habe es vorhin schon einmal gesagt. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der über 80 ist, zu Hause gepflegt wird. Im Dezember war das für ihn wirklich gut. Denn wenn er über 80 gewesen wäre, im hessischen Altersheim gewesen, hätte er ein zwölffach höheres Sterberisiko gehabt, als wenn er zu Hause gepflegt wird. Aber jetzt sind die Altersheime geimpft. Und Sie haben diese Menschen vergessen. Sie haben diese Menschen einfach vergessen. Sie haben sich vergessen, um diese Menschen zu kümmern. Und darum müssen Sie das endlich nachholen. Und da sind auch die Ärzte die richtigen Menschen, die Sie da unterstützen können. Ich habe auch nichts von Ihnen gehört zum Thema Wirtschaft, was sich irgendwie als Lichtschimmer sehen können. Sie haben zwei, dreimal über einen Perspektivplan geredet. Das Problem ist, da stehen Zahlen, da stehen irgendwelche Daten. Aber wann wird das denn verbindlich? Wann geben Sie der Wirtschaft ein klares Okay? Ich glaube, Sie haben vom Einzelhandel gehört, was die von dem Klick und Miet halten. Ja, also das war nicht der durchschlagende Erfolg. Vielleicht war es auch nur ein Placebo vor der Wahl noch einmal, um die Menschen zumindest zu beruhigen. Den Einzelhandel haben Sie damit nicht beruhigt. Zumindest ist das, was wir hören, noch nicht der Durchbruch. Und von daher müssen wir doch da auch besser werden. Wir müssen auch einspringen im Zweifel, wenn der Bund es nicht hinbekommt. Dann müssen wir in die Verantwortung gehen. Das tut mir leid. Man kann nicht immer nur die Verantwortung wegschieben. Und der Einzelhandel, die Gastronomie braucht eine klare Botschaft. Die brauchen Hoffnung und die brauchen klare Daten, damit sie wissen, wann sie unter welchen Bedingungen Hygienebedingungen öffnen können. Und das ist unsere Forderung, sehr geehrte Damen und Herren. Janke Pürsün hat das ja vorhin gefragt. Was ist denn mit der größten Arbeitsstätte in unserem Land? Was ist mit dem Frankfurter Flughafen? Was ist mit all dem, was da dranhängt? Was ist mit den Arbeithausenden von Arbeitsplätzen, die da in Gefahr sind? Sie sagen doch, Sie sitzen da im Aufsichtsrat. Dann sagen Sie doch mal was. Was sind Ihre Perspektiven? Was sind Ihre Ideen? Was ist die Initiative? Wie können Sie dort helfen und unterstützen, damit eben Menschen, die unverschuldet jetzt in wirtschaftliche Risiken gekommen sind, dass die vielleicht nicht ihre Existenz verlieren? Ja, Sie können doch hier in der Landesregierung immer reden, Herr Finanzminister. Ich höre Ihnen auch gern zu, wenn es denn was bringt und wenn wir dann gute Informationen bekommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich sage das noch einmal. Wir haben ja eine kleine Anfrage zu dem Thema Biotest gestellt, zu dem Unternehmen Biotest, und haben Sie ja noch einmal gefragt, wie ist denn das, wenn wir jetzt ein innovatives Unternehmen haben, das ein Medikament gegen die Corona-Erkrankung entwickelt, zur Verfügung stellen kann. Warum hat die Landesregierung nicht unterstützt? Ich kann Ihnen nur sagen, Versäumnisse über Versäumnisse, und da müssen wir besser werden, dort, wo in Hessen Möglichkeiten bestehen, die Pandemie zu bekämpfen. Da muss man Lösungen finden und nicht Gründe, warum man sich verweigert, warum jemand anders die Verantwortung trägt für das Versäumnis, sondern man muss Lösungen finden, damit es vorangeht in dieser Pandemie, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt lassen Sie mich noch zum Abschluss auf das Thema Bildung kommen. Seit Mitte Dezember haben Sie Hausarrest verhängt für Abertausend von Kindern in unserem Land. Früher in der schwarzen Pädagogik war Hausarrest ein Mittel, mit dem man Kinder abstrafen wollte. Die Kinder sind zu Hause. Die sind seit Wochen zu Hause und alleine. Und sie haben keine Möglichkeit, das zu tun, was Kinder in dieser Zeit tun. Sie haben nicht die Möglichkeit der Bewegung, der Freiheit, das sich ausprobieren, das Lernen, Freunde kennenlernen. Seit Wochen und Wochen, seit Monaten ist diese Situation. Und natürlich hat das psychische Auswirkungen auf die Menschen. Und wenn es in den Familien an einer Stelle schwierig wird, dann wird es auch wieder an anderen Stellen schwierig, wenn die Eltern Angst um ihre Existenz haben, wenn ich in geringen oder in kleinen Wohnungen lebe, wenn ich keinen Balkon habe oder wie wahrscheinlich viele hier ein Familienhaus mit einem Garten, in den ich mal rausgehen kann. Was ist denn das, was Sie hier dieser Gesellschaft zugeben? Zumuten. Und ist es tatsächlich so, dass eine Teststrategie, die alle Kinder testet, bevor sie in die Schule gehen, ist das wirklich zu teuer für unser Land? Oder ist es wirklich nicht umsetzbar in unserem Land? Ist es uns das nicht wert in unserem Land? Ich kann sagen, für die Freien Demokraten ist es das wert. Und für die Freien Demokraten finden wir auch dafür Geld, damit diese Kinder wieder in die Schule gehen können. Und von daher, liebe Landesregierung, ich habe Ihnen jetzt fünf Themen aufgezählt, wo Sie Verantwortung tragen und wo Sie sofort als Landesregierung handeln können, um die Situation in unserem Land zu verbessern. Um das, was der liebe Kollege Wagner hier als Selbstverständlichkeit erklärt hat und wo er uns ja erklärt hat, wir haben jetzt die Instrumente, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Ich habe Ihnen fünf Punkte genannt, an denen Sie genau das machen können. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben dazu auch ganz klare Gesetzentwürfe eingebracht. Sie können nicht sagen, wir hätten keine Vorschläge. Wir haben ganz konkrete, nachvollziehbare Anträge hergestellt. Wir haben in Dutzenden von Anfragen Sie schon auf Ihre Versäumnisse seit einem Jahr hingewiesen. Es gibt keine Entschuldigung mehr, nicht sofort zu handeln. Dieses Hangeln von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz, das bringt doch unser Land nicht weiter. Wir müssen Ideen entwickeln, und wir müssen klar sagen, wie wir vorankommen wollen. Dann gehen wir mit diesem Wissen und Erkenntnissen in diese Ministerpräsidentenkonferenz und sagen, so machen wir es, weil so funktioniert es in unserem Land. Wenn man dann auch einmal daneben greift, und es funktioniert auch einmal nicht, das kann auch passieren, dann stellt man sich der politischen Verantwortung. Genau dafür ist man gewählt worden. Man kriegt doch diese Besoldung, man kriegt doch diese Vergütung, man kriegt doch dieses Geld nicht, weil man hier einen Beamtenjob macht, sondern Sie haben die politische Verantwortung für das Vorangehen in unserem Land. Die ist jetzt schwierig, das glaube ich, aber dafür sind Sie gewählt, und darauf werden Sie endlich der Verantwortung gerecht, sehr geehrte Damen und Herren. Ich will es noch einmal kurz zusammenfassen. Diese Pandemie hat uns etwas gelehrt. Diese Pandemie hat uns gelehrt, das wird die linke Seite in dem Haus vielleicht nicht so gerne hören, der Glaube, der Staat könnte alles lösen. Ich glaube, das ist bei den Menschen klar hinterlegt worden, dass das nicht der Fall ist. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU Der Staat ist nicht der bessere Wissenschaftler, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, der Staat ist nicht der bessere Logistiker, sondern der Staat soll Regeln aufstellen, und er soll seine Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die notwendig sind. Er soll Bildungsgerechtigkeit garantieren. Der Staat ist nicht der Retter in dieser Krise. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Noch nie hat eine Bundesregierung und eine Landesregierung so viel Macht gehabt. Noch nie hat es eine solche Machtfülle in den Händen der Regierenden gegeben. Noch nie hat man sich davor gescheut, Verantwortung zu unternehmen wie in dieser Krise. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben die Macht dazu, Sie haben die Instrumente. Handeln Sie endlich zum Wohl unseres Landes. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Rock.